Am Vorabend ihrer Reise nach Israel kommentierte Außenministerin Annalena Baerbock die grausamen Verbrechen der Hamas mit persönlichen Worten. Vor allem aus Sicht einer Mutter seien die Gräueltaten kaum zu ertragen, sagte sie bei der Talkrunde Brigitte Live in Berlin. In dem Gespräch erklärte die Ministerin, was die kursierenden Videos des Hamas-Angriffs auf das israelische Festival for Peace in ihr ausgelöst haben. Mir geht es schon so, dass ich bei den Videos Stop drücken muss, weil ich es nicht ertragen kann, was man da sehen muss, erklärte Baerbock. Bei dem Festival waren am 7. September mindestens 260 Menschen von Hamas-Terroristen auf grausame Art ermordet worden.